Hier kommt so ein neues Video hier auf meinen Kanal BUSBUSCi197 Und da kommt schon die E3 hier am SNRH-Verlust Aufgrund von Bauarbeiten fertig für L3, statt über Oberhausen, jetzt über S. Der ist ein sehr, 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 sehr anstrich, hier. Flirt 1, hier am Essener Hopperlof. Und in Erz, die Fluss, der ist rein in Eifer, jetzt auch mit. Essener Hopper, sind die ja in der Großstadt in der L3 wieder, das hat auch schon wieder, die Richtung ist, die nächste Richtung ist. Vielen Dank.